herzlich willkommen zum lunch break talk das ist der zweite diesmal mit loris von reizenstein wir haben schon zusammen die ausbildung macht zum coach und ich kenne sie dementsprechend schon lange sind schon zwei jahre genau die ausbildung ja schon zwei jahre 3 also ja herzlich willkommen loris schön auf dem weg in die zentraschheit auf dich genommen und heute kümmern wir uns ums thema employability potenzialentfaltung karriereentwicklung aber auch wo findet man talente im unternehmen die man vielleicht bisher noch übersehen hat und um all diese Dinge kümmert sich loris schon seit vielen jahren in unternehmen als externer coach und auch als karrierecoach insbesondere auch für kader also wir werden diesmal auch eher die sicht aus der kaderperspektive einnehmen und darüber berichten wie erkenne ich talente in meinem unternehmen oder eben halt mitarbeitende die bereit sind sich weiter zu entwickeln woran erkenne ich das und wie kate martin auch und ja sehr schön genau die signale dazu genau magst du noch etwas ergänzend über dich patricia du hast mich da schon sehr schön eingeführt ich möchte mich an der stelle bedanken dafür dass das heute möglich ist und jetzt bin ich sehr gespannt auf unser unser erstes gespräch das machen wir diese form gemeinsam das erste mal richtig wir sind uns ja auch nicht vor allzu langer zeit wieder begegnet und insofern ich freue mich jetzt sehr sehr darauf und ja bin gespannt was wir zwei jetzt hier entwickeln werden das ist nämlich immer alles spontan wir haben keine drehbücher in unseren talks das passiert einfach so aus dem moment heraus normalerweise würden wir ja ein live coaching machen jetzt in diesem thema haben wir uns entschieden das einfach so unter uns aus zu diskutieren ihr könnt natürlich gerne eure fragen dazu im nachhinein noch stellen die werden wir gerne nachher noch beantworten sofern noch welche da sind und sonst sind unsere kontaktangaben auf unseren homepages zu finden wo man sich mit uns in verbindung setzen kann wenn man weiterführend darüber diskutieren möchte sehr schön wie heißt deine homepage meine homepage ist leicht zu merken einfach mein kompletter name lodis von reizenstein.com also da bin ich zu finden und zu kontaktieren und mein ist business punkt und stelle.com für die firmen unternehmen unternehmerkunden und und stelle.com für privatkunden wunderbar haben wir das schon gesagt gut lodis du bist halt schon viele jahre auch unterwegs in unternehmen als angestellte und als externer coach welches der themen ist das was dir am nächsten liegt wo du am meisten dringend gearbeitet hast also es waren immer sehr unterschiedliche themen aber so speziell in der freude war ich schon tatsächlich bei standortbestimmungen also da wo wir in firmen gegangen sind und mit menschen mal ihre aktuelle situation angeschaut haben aber wirklich aufgenommen was ist wie fühlst du dich fühlst du dich wohl in deinem job wirst du gefordert wirst du gefördert bist du in deinem flow oder was was passiert gerade und das waren unglaublich energetisch starke sitzungen immer es waren so zwischen eine oder drei sitzungen manchmal reicht eine ist ganz spannend manchmal gab es dann aber auch drei sitzungen und es war immer wieder verpannt was man so alles rausholen kann also was so die unterstelligen komponenten sind ich meine es sind ganz viele themen oder so eine person ist ja nicht nur karriereperson sondern sie ist dann auch in privaten umständen und hat unter umständen gerade haus gekauft und im job ist es gerade schwierig und unbefriedigend und familienzuwachs und alles so und das sind dann zu themen sage ich mal so dass das lebensgleichgewicht was durchaus eine rolle spielt dann auch führt für die karriere vor ort und da haben wir also einfach unglaubliches erleben dürfen alleine dann durch diese aufnahme und das offen sprechen können es geht ja immer darum dass man die man sprechen kann der nicht involviert ist der mich nicht kennt und bei dem ich nicht befürchten muss da wir etwas weitergetragen oder der macht jetzt über mich es braucht wirklich diese diese dritte person die zuhören kann die richtigen fragen stellen kann und dann entsprechend ebenso all das was jetzt so ineinander spielt es darzulegen es aufzuzeigen erscheinen zu lassen ist dann durch und mit dem coaching sortieren zu können ja und dadurch können dann durch die neuen einblicke kann dann unglaubliches passieren ich habe das ja schon erlebt als ich als karriereentwicklerin in der unternehmen selber angestellt war als coach und da war ich zuständig für rund 200 mitarbeiten der schweizleid in dieser zeit von den vier jahren ich das gemacht habe und ich habe wirklich mir die zeit genommen in jedem einzelnen ein persönliches gespräch zu führen die stunde halbe stunde ich bin jede filiale der ganzen schweiz gereist habe mir die zeit genommen das war sehr ausschussreich weil am schluss wusste ich so viel mehr als vorgesetzten wer wo steht was er will welche talente er sie hat und das hat eine ganz ganz große auflistung gegeben von potenzialen die wir da haben da würde ich gerade gerne gerade einhaken und zwar also ich weiss nicht wie es dir ergangen ist weil du jetzt gerade die linie angesprochen hast was meine wahrnehmung war jetzt in dieser standortbestimmungsthematik war tatsächlich so die linie die waren so absorbiert mit ihrer funktion der linie und die haben tatsächlich nicht die zeit und die kraft und manchmal vielleicht die werkzeuge nicht dazu sich hinzusetzen und so eine standortbestimmung selber anzuregen oder mit einem talent dann im gespräch zu gehen und zu sagen ich merke einfach du bist unzufrieden und lass uns das mal anschauen die linie ist einfach überfordert indem also überfordert vielleicht nicht aber es geht in diesen engen zeit zeit korsetts die wir haben geht das ganz oft einfach verloren und dann macht man so dieses eine qualifikationsgespräch vielleicht sind das zwei jahre und damit ist dann aber auch und das geht ja nach schema also und dieses schema oft lässt das dann einfach nicht zu dass diese themen intensiver angeschaut werden da gehe ich mit dir ein ich denke auch dass es in den unternehmen selber auch in der kultur gar noch nicht so integriert ist dass man die talent wirklich auch auf allen ebenen weiter entwickeln kann oft habe ich da natürlich auch anforderungen angetroffen an den arbeitgeber die vom arbeitnehmenden die gar nicht möglich waren strukturell nicht wir haben uns aber dann hingesetzt und mal geschaut was können wir außerhalb von den bestehenden strukturen an neuen strukturen bauen oder die strukturen ändern damit die sich auch weiterentwickeln können und wir haben dann eigentlich uns entschieden nicht hierarchische entwicklung zu machen sondern fachentwicklungen das heißt auf der gleichen ebene aber mit zusätzlichen aufgaben betraut in projekten oder in schulungen und das hat dann auch diversifiziert absolut und es hat dann noch 60 mit der meinte die haben dann im onboarding um die trainingsprozesse mit gearbeitet die man motiviert ich habe immer täglich anfragen bekommen hast du noch trainer brauchst du noch trennen ich würde es auch sehr gerne machen und das sind einfache möglichkeiten wie man das anpassen kann ich glaube aber dass wir schon viele schritte zurückgehen können und schon bereits in rekrutierung darauf wenn jetzt die arbeitnehmenden in einem interview kommen und sagen das kann ich nicht gut oder gibt es jemanden der das besser macht oder schon besser kann im unternehmen dass man auf diese infus schon hört und vielleicht jemand dann einstellt der eben sagt hey diesen teil von der stellenbeschreibung liegt mir nicht gibt es jemand meine erfahrung ist es gibt jemand im team der das der dieses talent wirklich für sich hat und das man jederzeit auch in anführungszeichen anfassen könnte genau und das nicht getan hat weil strukturell bisher nicht gepasst hat weil natürlich die stellenbeschreibung die sind so und wenn man die aber dann ein bisschen anfangen fein anzupassen für die neue person die reinkommt und denen zu geben die die schon daraus dass sie vielleicht schon länger machen wollten und es braucht dazu aber zwei komponenten wenn die angestellten selber nicht mitteilen was sie lieber möchten weil sie es vielleicht nicht wissen oder sich nicht vertrauen oder denkt es ist eh nicht möglich und der jetzt der vorgesetzte das auch nicht macht weil er denkt es geht ja wahrscheinlich nicht strukturell ich habe die zeit dazu das nicht zu organisieren ich glaube dann ist so eine gute lösung vom externen park jemand und dennoch muss es die kultur ja des unternehmens muss es offen haben also es muss so wie du sagst wenn das kulturell verankert ist dann habe ich ja von anfang an drin und das heißt meine kommunikation da drin und meine struktur wird dann durch diese kultur geprägt sein ja also ich glaube schon durchaus wenn ein unternehmen das in der kultur nicht habt die entwicklung und dass sich öffnen wollen und das immer stärker die potenziale von den einzelnen rauszuholen dann dann wird es nicht geschehen also ich denke schon die die absichtserklärung die intention eines unternehmens sollte in der vision oder sollte in der ausrichtung doch dieses ist das klassische growth thema also das wachstumsthema auf der menschlichen ebene durchaus drin haben ja eines schlussendlich kommen wir menschen zur arbeit weil wir uns entwickeln wollen nicht nur als fachkraft sogar als menschen das denke ich ist ein ganz zentraler punkt und es bleibt auch zu sagen dass ich arbeite immer mit den vier grundcharakteristiken unternehmen mache typ das ist wer die dieskanalyse kennt der rote typ das ist der unternehmer dann der gelbe der innovator das ist die der influenza typ sehr gerne ein einfluss nimmt auf andere menschen auf ihr verhalten aktiv damit das klima entsteht diese zwei typen die sie sehr schnell darin weil es geht einerseits beim unternehmen auf die fachliche entwicklung hinaus auf den status in einer unternehmen hinaus beim innovator eben halt auf die menschliche entwicklung der will sich als mensch weiterentwickeln die zwei verliert man schon wenn man ziemlich lang wartet mit weiterentwicklungen also was sprechen wir da patricia wir haben sie im vorfeld auch mal ausgetauscht was ist deine erfahrung wie schnell langweilt sich denn so ein macher oder wie schnell langweilt sich ein innovator was glaubst du der mache typ wenn er die aufgaben schon gemacht hat vorher und sich eigentlich jetzt nur in die branche einarbeiten muss ist recht schnell gelangweilt er braucht zwingend eine perspektive dass er sich hier auch weiterentwickeln kann oder sein einflussbereich sich weiterentwickeln kann in den unternehmen innerhalb von ein zwei jahren und der innovator wenn ihnen das team gut gefällt und die kultur gut gefällt ist sind die sagen wir mal die fachliche weiterentwickeln nicht so sehr wichtig wenn er ein ich denke da ist es so dass wenn es ihr wohl ist dieser person dann wird sie so drei jahre aber im dritten jahr also spätestens nach drei jahren ja so eine karriere ein karriere lebe zyklus kann man ja schon ja eine tischung fast wieder uns dann nennen also da muss man spätestens dann in die vorbereitung für was für was endlich das jahr also was meine erfahrung darin ist auch je nachdem wie jeder mensch ausgerichtet ist also ist jemand richtung menschenführung ist jemand richtung sozialem oder ebenso leadership unterwegs dann bedient er ja diese menschliche ebene und braucht so die fachspezialisten ebene nicht zwingend aber ganz oft erlebe ich in der letzten zeit einfach auch menschen die die beides können und beides spannend finden also dass das fachgebiet sowie das führungsthema auch spannend finden und da finden wir dann plötzlich ganz viele projektleiter ja das immer im projekt menschen daheim wo man so genial alles finden kann ja und ein projekt führt man und in der regel geht zum projekt ein jahr und vielleicht zwei oder auch ein großes projekt vielleicht mal drei und dann ist wieder gut und dann kommt das nächste projekt aber wichtig ist dass das ja ein mensch rausfindet dass er genau diese vorliebe hat für beide sagen und dass ich denke ist ein ganz wichtiger aspekt je besser man sich selber kennt umso einfacher ist auch die karriere entwicklung natürlich hinterher weil ich ja schon genau kommunizieren kann schon von tag 1 schon im interdium werde ich bin und was ich bin das sind die komponente die mir ganz besonders auch im wohnstellenprogramm eben mit diesen analysen diesen vier typen ich habe die zwei jahre noch nicht gesagt das ist der soziale der supporter sind die fleißige sind die fleißigen bienen wirklich die arbeit zu ende führen und sehr systematisch und sehr ausdauernd an etwas arbeiten und dann die denker forscher der konforme der nach klaren prinzipien und regeln arbeiten und in der regel auch mit sehr regulativen themen oder halt auch technischen muss ganz klar details geht ob etwas funktioniert und es gibt nichts dazwischen entweder es funktioniert und die müssen diese prozedere ganz klar und eindeutig einhalten und sonst wird es am ende nicht funktionieren und die das aber auch sehr sehr gerne tun also bei denen ist es so die haben einen anderen zyklus die sind in der regel die sie mal vertraut sind mit allen regeln und allen mit der kultur und mit allen brauchen die augen bis sie länger weil sie sind gründlich sind also im vierten jahr sich weiter entwickeln ist dann völlig okay oder auch gar nicht acht jahre den gleichen job machen wenn man vielleicht ein paar kompetenzen das sind dann einfach schon diese routinethemen habe ich denke wir brauchen ja für alle dimensionen den passenden menschen und es braucht ja auch diejenigen die diese wie soll ich denn sagen diese diese fleißigen die so ja einfach das tun was zu tun ist und es gerne machen ja also ebenso dieses automatisierte das routinierte und diese menschen fühlen sich ja in diesen in diesen herausforderungen in diesen arbeiten ja auch sehr wohl ja ich glaube jetzt sind wir bei der thematik dass wir unsere teams genau nach diesen prinzipien auch idealerweise aufbauen dass wir genau die menschen für das einsetzen wo sie ihre stärken haben absolut richtig und ich denke auch wenn wir sagen routine aufgabe haben das oft wird das dann von den unternehmern oder innovatoren sein ja die machen ja die routine nicht gerne und weil es so viel detailarbeit ist was sie nicht gerne bekommt da kommt die ungeduld an hoch das heißt aber routine ist muss nicht zwingend einfach sein das kann auch höchst komplexe routine sein wie es vor allem auch beim denker vorstück ist das sind höchst komplexe prozesse das heißt ist überhaupt nichts einfaches und es ist für ein unternehmer innovator sogar unglaublich schwierig an diese prozesse immer wieder zu halten weil die als gerne die prozesse immer wieder anpassen und über bord werfen also ihr seht das ist nicht zu verwechseln mit einfach ja das sind die einfachen und das sind die die weiterkommen wollen überhaupt nicht es ist tatsächlich so jeder mensch ist für etwas anderes geschaffen und hat vorliegen und wenn man die weiß kennt ist das teamwilling einfacher die führung bin unglaublich einfach genau weiß welche aufgaben gebe ich mir und da kann ich auch starten dann die selbstverantwortung wirklich zu übertragen also wirklich zu sagen okay also wir haben jetzt festgestellt dass du dieses talent hast diese stärken und dass du das und das noch vielleicht draufsetzen kannst und jetzt übergebe ich dir das ist deine verantwortung dass du schaust dass du jetzt in deinem talent wachsen kannst und dass du jetzt schaust dass du das entwickelt ist so fändig also das ist dann so richtige ownership ja also ich habe den besitz für meine karriere dann wirklich in meinen händen absolut und bin da man im driving seat und kann schauen dass das dass das wirklich wird und es braucht natürlich die strukturen die kultur dazu und eben die bereitschaft von jedem einzelnen und ich glaube da ist das prinzip freiwilligkeit so wichtig wenn jemand nicht will weil er eben wir haben es am anfang angesprochen aus privaten kriegen vielleicht jetzt gerade nicht die kraft hat sich da auch noch darum zu kümmern weil gerade ein frischgeborenes baby zu hause ist und man nächtend lang nicht schlafen kann zum beispiel also es gibt immer irgendwelche umstände die das verzögern können aber es sollten sie nie verhindern da sind wir eigentlich auch dann gleich wieder im thema leadership also da braucht es doch eine sehr reife führungskraft die eben solche elemente wie du jetzt auch gerade gezeichnet was sich das aufnimmt und die dann sagt das hat auch platz ich nehme dich jetzt da raus da gibt es eine aufgabe die so und so ist da könntest du in ruhe das ohne stress jetzt bewältigen und sobald es dir besser geht und du aus dem anderen aus der anderen baustelle raus bist dann können wir weiter schauen es ist agile prinzip ja es ist sehr agil und es ist sehr situativ und nicht strukturell disziplinarisch also man macht den menschen nicht passend sondern man macht dann das umfeld sehr schön und so auf vorgesetzte oder eben auch gerade person habe ich schon ganz ganz viel erlebt sie gibt sie es gibt sie es gibt natürlich auch wir müssen immer unterscheiden jeder mensch ist ein jeder rolle ist von einem mensch besetzt genau in der ganzen unternehmen drin und ich glaube so wie die leadership kultur geprägt ist eben im sinn von ich bin verantwortlich für meine eigene entwicklung und für die vom team mit verantwortlich und für die ziele auch mit verantwortlich das funktioniert dann am besten wenn die ziele die vision und die kultur zum menschen passen wenn das längerfristig nicht mehr match dann glaube ich ist es einfach so wie man halt auch einen partner verlässt wenn es längerfristig nicht mehr die kommunikation nicht mit was man sich nicht mehr die gleiche vision hat gleich mit der kollision wir wissen was es macht ja also ich weiß nicht wie es dir geht aber werte arbeit in meiner tagtäglichen arbeit hat mit zentraler bedeutung und werte nehme ich nicht das ganze leben dieselben mit mir also die werte sind ja auch einem wandel unterzogen weil ich was menschen entwickle ich mich weiter ich werde mit neuen menschen mit neuen situationen konfrontiert und das bringt mich ja automatisch zum zum wachsen zum verändern und da wird dann schon so mal ein wechsel für für einen zentralen wert denke ich absolut notwendig oder der wert wird verändert von außen also wir kennen das über den konzernen großen firmen wo alle zwei jahre ein neues jo kommt und jeder meint dass das rad von komplett vorne neu erfunden werden muss und dann schaffst du es einfach nicht die mitarbeiter dann mitzunehmen weil irgendwann so der drück über die werte so groß wird und so frustrierend ist dass du einfach sagst jetzt mache ich das zum fünften mal jetzt ist gut jetzt nicht mehr ich glaube was dann passiert ist ja eine gewisse resignation das heißt dass man gar nicht mehr so viel von sich und seinen talenten einbringt auch wenn man das vielleicht schon drei chefs gesagt hat durch mich lieber in die richtung und sich nie was daraus geworden natürlich kann man nicht nur die firma dafür verantwortlich machen kann ja auch eben die stelle wechseln wenn es nicht aus ich glaube da haben ganz ganz viele angst dass ihnen sowas was sie schon haben nicht mehr an einem anderen ort finden und da wäre oder sie ist halt gerade so angenehm man ist schon eingespielt das team schon eingespielt obwohl es nicht mehr zufrieden stellen lieber bleiben sie lieber da als sich einem stellenwechsel mal zu stellen vielleicht auch aus der angst heraus dass sie eben weniger lohn bekommen würden der arbeitsweg nicht mehr so nah wäre oder das mit der familie nicht mehr so gut vereinbar ist einfach die veränderung per se oder ja auch mal die komfortzone und die veränderung per se veränderung macht ja angst glaube dass menschen nicht so angstscheu sind wie wir denken oder wie es oft auch diskutiert wird aber wenn wir keine perspektive haben die haben dies besser ist mehr als das was wir jetzt schon haben werden wenig aktiv wieso danach sie sagt gut genug aber nicht so gut dass man wirklich glücklich mehr und man sagt auch oft der leidensdruck ist noch nicht groß genug dass sie handeln das kann sein ja oder aber eben ist es eben noch gut wir haben auf hohem niveau man durchaus sein also ich glaube es muss wirklich jeder für sich so die wahrnehmung haben in diesem lebezyklus wie schnell bin ich gelangweilt wie lange dauert es dass ich aus diesem flow rauskomme wie lange dauert es dass die anforderungen im außen mir zu wenig sind und ich glaube irgendwann sieht man vielleicht auch im lebenslauf wenn da so alle drei jahre eine neue stelle drin ist und sind das signale können signale sein ja gut ist dann ein bisschen kritisch in einem signal ist ein tatsächlich dass ich von mir aus einfach so alle drei vier jahre wieder an diese routine grenzen kommen wo ich sage es muss jetzt einfach was neues noch dazu kommen damit ich wieder freude habe damit mein geist angeregt ist je nach typus oder was geist braucht dann futter oder oder sag ich jetzt auch der spezialist will dann vielleicht irgendwann doch noch mal was neues entwickeln was vielleicht dort wo er jetzt gerade ist nicht möglich ist also jeder muss das für sich selber rausfinden und entsprechend dann steuern es gibt ja auch die andere seite wo man also die langweil ist wurde oder braucht man die beforderung und die beforderung kann natürlich auch zu sein wenn ich jetzt nicht dazu neige mich mit zu vielen details zu befassen und ich muss mich ständig mit details befassen dann ist das genauso eine beforderung von mir für dein kleines da bin ich nicht geschaffen und so hat jeder typ seine eigenheiten und seine seine sage mal grenzwerte wo sie irgendwo dann einfach mal genug ist und man sagt und jetzt muss ich einfach wieder was machen was mir wirklich liegt mit einem umfeld das mir gefällt und mit aufgaben betraut sein die ich gerne tue ich glaube tun uns selber wir unseren familien unseren kindern nichts gutes wenn wir diese impulse übergeben und wenn wir das jetzt aus sicht vom kader diskutieren dann müssen wir sagen worauf muss man schauen dass man diese zeichen nicht übersieht bei den eigenen mitarbeitern zum beispiel oder bei sich natürlich auch da sprichst du natürlich anders vor gesetzte brauche ich sehr viel aufmerksamkeit mitarbeitern gegenüber wieso ich muss am puls sein oder ich muss beobachten können muss ja meine leute kennen dass sich so diese feinheiten die sich verändern in der familie spüre ich das ja vielleicht noch so aber wenn ich dann sage ich mal also nicht 40 leute führe habe ich sie denn an den blick und merke ich dann wirklich ist ist schon eine herausforderung oder 40 leute direkt ist schon ist schon viel und und ja woran merkst du es ist spannend dass wir selber merken es auch erst relativ spät wir merken es erst dann wenn wir uns raus quälen morgens und mit wenig freude in den montag gehen und denken ach nee am liebsten würde ich jetzt daheim bleiben und hoffentlich habe ich jetzt bald die nächsten ferien und also diese 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 zeichen sind von dir selber aus wahrzunehmen ich denke der vorgesetzte könnte es merken wenn die leichtigkeit fehlt die freude oder die energie für projekte oder für aufgaben wenn es vielleicht länger dauert und ich merke die laune oder die stimmung ist gedrückt körperhaltung körperspannung wie sie können ja nicht nicht kommunizieren alte geschichte wissen wir alle und da braucht man aber schon einfach auch ein gespür und auch das wollen dass ich das wahrnehmen ich glaube es braucht dann schon auch wieder ein spezieller typus mensch der der in der führung dann solche dinge erlebt und auch ansprechen kann wenn jemand selber das nicht macht von der anderen seite also ich will ja mich immer also ich persönlich fühle mich selbst verantwortlich dass ich selber agiere aber wenn das jetzt jemand ist der das nicht kann weil er den mutig hat weil angst hat oder weil sie schlicht und einfach nicht gut geht weil ich weiß wie es machen soll ja ich habe die erfahrung gemacht gut dass du das ansprichst ich habe ich gut zweimal gekündigt und beim ersten mal habe ich wirklich glaubt ein jahr lang immer am morgen gedacht das muss ich wieder genau siehst du also ich habe da auch ganz viel archiv aufgeräumt und die ablage gemacht ich war schon immer seit der lehrzeit schlecht in der ablage das ist auch immer kommuniziert ab mir wurden diese aufgaben trotzdem gegeben bist du zuständig und ich habe es nicht gut gemacht und trotzdem musste ich sie mir machen nicht weil ich nicht aber ich habe wirklich das hat mich sehr sehr viel energie kostet ja man muss ja das jetzt nicht hier im detail diskutieren aber es liegt mir einfach nicht und ich habe das gemacht und dann habe ich tatsächlich jeden morgen macht doch diese aufgaben ab jetzt ich habe nicht gekündigt hast du nicht ich habe mich nicht getraut zu kündigen in dem moment gerade sogar zu viel privat ablos und ich war nicht sicher was ich wollte und das ist einfach so lange nicht wissen was wir wollen bleiben wir doch lieber da sind was ist besser als nichts doch das komfortabel man hat das geld man und das ist passiert mein chef wurde gekündigt und ich war die assistentin von ihm und ich wurde auch gekündigt okay wir brauchen sie nicht mehr damit ihr chef nicht mehr da ist und das team abgaben selber übernommen dann haben die die aufgaben ohne mich gemacht was ich mir ein jahr lang gewünscht habe dann wurde der wunsch gehört total aber das ist der klassiker glaube ich und das ist eigentlich auch sehr schmerzhaft wenn man das mal erkennt dass wir meist den druck von außen brauchen über ein ereignis von außen sei es jetzt eben der chef der wechselt und mir dann kündigt oder der chef der jetzt sauer ist und nicht mehr weiter sich das angucken will und dir dann kündigt oder es kommt ein und sagt pass mal auf also das was da leistet das ist im monat 500 weniger wert bist du bereit auf weniger lohn oder auf lohn zu verzichten oder es passiert dir echt im außen irgendetwas was sich aus dieser komfortzone dann raus holt ich war zu 80 prozent und zwar war geschockt du warst geschockt also war es nicht glücklich im moment nein ich war geschockt und ich dachte wie können die mich jetzt kündigt weil sie meinen chef kündigt haben und dann ist es mir nachher dass ich dann arbeitsloser hatte ich ein bisschen zeit zu reflektieren reflektions gold wert sagt immer an mein kunde habe ich ist mir das wie schuppen von den augen gefahren dass ich das jetzt schon ein jahr lang gesagt haben jetzt haben sie endlich mich erhört sie machen jetzt die aufgaben alleine und dann war ich sowas von erleichtert dass ich sagte okay das nächste mal gehe ich verrührt ja das braucht natürlich einfach auch mut zu sagen aus einem sicheren sicheren hafen heraus sagen ich suche mir neuland also dieses wirklich initiieren von veränderung genau ich habe in meiner karriere mit sehr vielen leuten gearbeitet die am gleichen punkt waren wie ich damals also schon gekündigt waren und dann mit mir arbeiten konnten habe ich immer diesen punkt eingebracht was hast du dazu beigetragen was hast du die schon jahrelang gesagt monatelang gesagt immer und immer wieder was du hast dir nicht gefällt aber was du nicht bereit was selber zu ändern das ende dann den blickwinkel darauf dass man gekündigt wurde sondern dass man eben sein beitrag dazu auch geleistet hat wenn wir das jetzt übertragen auf karriere-twicklung in-house braucht selbst die bereitschaft von beiden diese zeichen zu sehen ja absolut und nicht zu lange zu warten bis soweit ist dass man sagt so hier trennt sich jetzt am früh das sind einfach ressourcen es gibt so viele ressourcen die da liegen man muss sie aktivieren zuerst mal erkennen erkennen und dann kann man sie aktivieren und ich weiß nicht wie es dir geht wenn du jetzt in eine firma reingehst und sagst hey aber ich sehe bei dir dieses talent und ich sehe du kannst das ganz gut das ist die antwort darauf in der regel also ich habe schon so viele große augen gesehen also egal auch welchen alters dass viele menschen einfach den zugang nicht haben zu dem was sie leisten können was sie was sie wirklich in der lage sind zu tun und sie leisten schon sie leisten es schon aber sie sind sich dessen nicht bewusst und ich liebe diese arbeit dieses potenziale aufzeigen ich habe da so einen ganz eigenen weg das herauszuarbeiten und es ist unglaublich ich formuliere es dann so mit ich schreibe dann mit und mache sichtbar und mache aus dem sichtbaren dann jeweils auch noch die essenzen also ich gehe dann immer tiefer und frage ja und wie genau machst du das denn wenn jetzt jemand sagt ja und dann bin ich da sehr kreativ und finde immer die richtigen lösungen ja gut das kreativ und wie würdest du jetzt diesen kreativen prozess beschreiben was genau tust du dann wie gehst du vor und wie passiert es dann wie taucht dann das alles auf was du da so jetzt mit einem wort versuchst zu beschreiben und dann entsteht aus einem wort entsteht eine welt es kann so eine eine kleine welt und die hat dann farben die hat vielleicht auch klänge die zeigt ein bild und das ist dann so stark und zu völlig unerwartet ach so habe ich das und deshalb das finde ich so das tolle in dieser arbeit dann dass man wirklich mit mit weiß ich so viel licht anknipsen oder ein beleuchten weiß ja also stehst eine lampe und beleuchtet einfach mal so den einen part und dann und dann erscheint das in vollem glanz und kann ganz anders angeschaut werden und überhaupt das erste mal angeschaut werden ja und das macht natürlich sehr viel also das heißt ich sehe es und da kann plötzlich so ein gewisser stoff auf das auf das können und auf das geleistete kann dann werden und das sind die momenten die finde ich einfach das ist gold wert ich denke auch was was darin noch mitschwingt ist oft ja das ist ja normal das kann ja jeder also die differenzierung dass das tatsächlich ein talent ist was nicht jeder kann obwohl sie offensichtlich ist im umfeld dass das nicht jeder kann haben wir da heute noch job description die von allen an alles ab verlangen was jeder kann muss ja wenn man das ein bisschen mehr auf die einzelnen typen ab ausrichtet und darauf eingeht dann wird auch darin noch mal die wertschätzung viel viel klarer und sichtbarer dass eben diesem typ mensch das nicht kann und dieser typ mensch kann das gut unter andere dass der innovator zum beispiel ist sehr gut sprachlich er kann es gut formulieren hat tatsächlich eine improvisation talent er kann unter druck gute ideen entwickeln diese auch kommunizieren und andere mitreißen damit das noch im letzten moment gelöst wird sind super in der event organisationen oder überhaupt da muss ich ganz kurzfristig neue lösungsansätze braucht die über das was bestehend da war hinaus wenn man jetzt in eine bewerbung einschreiben würde ja ich habe improvisation talent würde das ein bisschen komisch ankommen sie die kontext aber nicht so gerne vielleicht ja aber gerade ebenso weißt du wir haben ja vorher mal gesagt so in dieser agilen zeit braucht es die improvisation talent absolut du brauchst menschen die einen spontan zufliegenden ball aufnehmen können und sagen kann okay das ist jetzt ein bisschen überraschend aber lass uns doch mal gucken was wir daraus machen genau sie sind ein also sehr sehr unvoreingenommen können dem arbeiten was gerade da ist und daraus etwas schönes kreieren oder etwas neues und der unternehmer typ der ist der zielorientierte typ der hat einen sechsten sinn wenn er von jemandem etwas hört eine geschichte oder er weiss das ist wahr unterscheiden er kann sehr gut unterscheiden und das kann auch ein gutes angebot unterscheiden von einem schlechten er hat einfach diesen unternehmerischen teil in sich der sagt okay das ist etwas das hat potenzial oder das sinn oder das macht keinen sinn kann man platzieren kann man sie kann man außer acht lassen dieses detail ist nicht wichtig aber das ist eine wichtige information mit dem müssen wir weiter arbeiten also der hat die priorisierung total im griff auch in themen in denen er noch nicht tief drin ist er weiss worauf es ankommt und er hat so ein strategisches denken unternehmerisches denken also der muss in eine führungsposition damit er glücklich ist ein unternehmertyp als supporter eingesetzt ist einfach nur schade um das talent weil der will über die grenzen hinaus entwickeln und der supporter ist dafür geschaffen mit geduld und ausdauer die gleiche aufgabe in der gleichen qualitätskonstanz immer und immer wieder zu leisten und zwar ohne abstriche das ist eine unglaubliche leistung die könnte ein unternehmen er macht viel zu viele fehler darin und der denker forscher tippt dessen talent ist es die prinzipien heraus zu bildern und das was funktioniert von dem zu trennen was nicht funktioniert und das in einer detail treu und in einer detail tiefe wo alle anderen schon längstens aufgegeben haben darüber nachzudenken sind die menschen die aus sichern also das ist ja auch wichtig weil ohne absicherung funktioniert die geschichte auch nicht gemacht also jetzt wahrscheinlich haben zwei typen die sind innovativ die sind entwickelnd expansion ausgerichtet der eine die sachlich menschenorientiert dann haben wir zwei die sind das bewahrende und dass ich sag das qualitätsmanagement ja genau das bewahrende und die sind darauf auch menschlich ein typ ist menschlich und ein typ ist sachlich ausgerichtet ist doch das ein perfektes eine perfekte kombi und wenn die jetzt lernen die vorteile vom anderen zu akzeptieren dass die das eben nicht in dem detail kann und nie können wird und das ist genau den denker vorstellt oder auch den supporter dazu braucht dinge fertig zu machen eine der fragt oder kann gut kann gut aufspringen wenn man die fragte kannst du mir sagen wo die gefahren liegen er würde mir da gut antworten das sind zwei dimension eigentlich drei das ist einerseits natürlich der unternehmer dieses risiko gespürt ihn hat aber ganz bestimmt der denker forscher typ weil er auf den ersten weg weiß dass wir nicht funktionieren oder es funktioniert das sind sozusagen die sogenannten bedenkenträger auch und im prozessmanagement ist es der supporter weil der prozessorientiert denkt ja viele im personalwesen sind prozessorientiert darum haben wir so viele abläufe prozess sind auch im human resources drin also die können im prozess drin ziemlich schnell sagen das funktioniert nicht mit dieser schnittstelle oder das geht gar nicht weiter also so wichtig dass wir diese menschen haben die eben diese gefahren auch sehen können und genau so kann ich sie ja mit ins boot holen indem ich sie genau danach frage weil es ist ihre sprache was ist denn die andere was ist denn die andere frage wie kann man es weiterentwickeln oder wo ist die chance was sind wir schossen ja ja also wir haben das eine wo sind die riesigen wir haben das andere wo sind die chancen und wenn wir schon nur unsere sprache so ausrichten dass wir eben genau diese talente in dieser sprache dann auch abholen dann kann es passieren dann passieren keine grabenkämpfe dann respektiere ich dass es alles braucht und ich kann tatsächlich das talent anzapfen beim risiko und ich kann es bei der chance haben und wenn ich das dann in der lage bin als gute leader bringe ich das zusammen und dann kann ich das das ideale oder ein ein top ergebnis daraus generieren das denke ich ist das wertvolle und über all diesen typen finde ich noch was wir so immer so in dieser persönlichen arbeit mit meinen klienten wichtig ist das wesen zu erfassen das wesen des menschen also jenseits der funktion also ich bin da so diese wie frage denn wie zeigt sich das wie machst du das und das ist dann diese ganz ganz ureigene persönliche energie eigentlich spannend dass du wie fragst hast du noch ein support ja ja schon ich glaube als coach muss ich diesen anteil in mir haben sonst 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 könnte ich diesen beruf glaube ich so ganz groß weil der unternehmer fragt nach was was muss getan werden was ist das nächste und der innovator fragt nach wer ist zuständig für was ist ich würde sagen was du da anspricht ist auch so von der typologisierung her bei mir selber würde ich sagen ich habe wirklich zwei seelen in der brust du kannst mich als coach einsetzen und ich stelle zur richtigen zeit die richtigen fragen oder aber du kannst mich auch in einem unternehmen in einem entwicklungsteam stecken wo entwickelt und nach vorne gegangen werden muss diesen antrieb habe ich genau so in mir aber in der rolle als coach darf das natürlich nicht in der rolle aus coach nehme ich mich zurück und versuche über 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 instrumente meinem gegenüber diesen raum zu geben den er oder sie braucht um das eigene einbringen zu können also da darf ich diese interferenz als solches gar nicht in rolle als coach gehe ich auch mal über die grenzen hinaus und machen vorschlag wie wäre es denn ich lasse aber die entscheidungsbefugung ist immer ein kurs aber eine frage und da sind wir schon wieder die richtige frage zum richtigen zeitpunkt weil die fragen öffnen aber ich gebe so natürlich impuls rein ich weiß nicht bis alle die impuls nein nein das ist schon wichtig also impuls da bin ich schon bei dir das sind für mich die fragen die so wichtig sind die dann so mal eine blase auch anstechen jetzt mal angenommen du bist engagiert in einer unternehmen diese potenzial analyse zu machen und auch die mitarbeiter zu begleiten in der karriere entwickeln wie gehst du vor was erwartet sein unternehmen wie viel aufwand ist das ungefähr das ist sehr unterschiedlich habe wie gesagt eingangs habe ich glaube ich gesagt es kann mit einer sitzung schon sehr wertvoll sein dass menschen dann so quasi so wenn sie irgendwo ein bisschen sich im kreis drehen den ausgang aus dem kreis wieder finden und dann gehen können und dann habe ich aber auch schon erlebt dass es drei vier sitzungen oder fünf sitzungen gewesen sind je nach thematik die drunter lag aber eine reine standortbestimmung so dass man mal aussortieren kann und wirklich einen neuen weg aufzeigen so mit drei bis fünf sitzungen kann man also anderthalb stunden so ja anderthalb bis zwei stunden meine erfahrung ist so anderthalb stunden eigentlich in der regel braucht zwei man vertieft sich so schnell und ist dann so in den themen drin das sind zwei stunden ich glaube man sehr schnell sitzungen kann man richtig tief gehen auch und das fundament zulegen dass es nachher auch wirklich trägt also um es sichtbar zu machen braucht man sicherlich zwei sitzungen zwei bis drei je nachdem wie komplex die situation ist oder ihre situation oder jedes persönliche schicksal oder jedes persönlich jede persönliche geschichte ist ja anders und ich glaube wichtig ist dass man dann aus der ordnung heraus wirklich nach vorne etwas wieder auf aufmachen kann dass man die nächsten schritte in das neue die machbarkeit wirklich bereit schon initiiert so und dann kann kann es den weg gehen und je nachdem natürlich braucht es danach noch ein bisschen begleitung vielleicht im neuen weg oder die integration ist man einfach noch mal so einfach kurz so in kurzgesprächen heute sind wir ja auch online gut unterwegs dass man einfach eine kurze session macht ja also wie geht es dir wo stehst du ist es dir gelungen brauchst du noch mal irgendetwas von meiner seite oder bist du jetzt guten gut gestärkt unterwegs dass du die ziele jetzt auch wirklich erreichen kannst für dich ich glaube dass ein unternehmen das darin investiert ab tatsächlich ins selbstbewusstsein von den mitarbeiten aber auch ins selbstbewusstsein von der unternehmung investiert und wenn man jetzt vertrauen hat in die eigenen talent und vertrauen habt in deine talente haben wir schon ganz ganz viel kontrollmechanismen die einfach so wegfall ich weiß loris ist gut dafür die ist gemacht dafür ich kann diese aufgabe geben und dieses nicht wie man damit vertrauen trauen nicht sorgen dass das nicht gut rauskommen weil sie hat das zeugs dazu und das ist ja wieder heute schon ganz ganz viel auch mittels persönlichkeitsanalyse mittels assessment alles schon so initiiert oder zumindest sichtbar gemacht und an der transfer ich glaube da ist oft der kulturelle teil der hinter nachhinkter transfer in den alltag fällt dann auf den operativen aufgaben zum opfer zum opfer wollte ich sagen das wollte aber nicht zum opfer nennen aber ja zum opfer in diesem fall ist es zum opfer fallen das ist dann immer so was was gerade nicht im alltag drin jetzt noch zwischen tür und angelplatz hat das lässt man dann halt einfach fallen ich glaube das entscheidende ist schon ich meine mit so standortbestimmungen und analysen mache ich natürlich schon weg ich natürlich geister so und das muss ich wollen als unternehmen ich kann nicht sagen ja jetzt machen wir das mal mal schauen ob der sein potenzial bis in entwicklung kann aber wenn dann entwicklung kommt und der was tun will dann ist es ist es dann wieder vielleicht nicht so gewollt also diese kulturelle geschichte dieses wirklich wollen dieses entwickeln wollen das muss schon gegeben sein sonst wecke ich bedürfnisse begirten die dann nachher nicht erfüllt werden und das fände ich persönlich schade aber natürlich als individuum habe ich immer die chance zu sagen jetzt habe ich mir diesen trichter aufgemacht jetzt habe ich über den tellerrand geguckt und jetzt mache ich es wenn ich hier nicht machen kann dann mache ich es halt anders und dann sind wir wieder bei employability also bei dieser arbeitsmarkt fitness wo ja in der heutigen zeit ist nichts mehr für immer es ist nichts mehr sicher also da schaffe ich für mich schon einen grundstock auch ich als individuum nicht nur auf der unternehmerebene sondern ich als individuum dass ich sage ich bin jederzeit bereit einen absprung für mich zu machen einfach weil ich mir das schuldig bin weil ich eben ich möchte einen beitrag einen leichten beitrag leisten ich möchte freude haben an dem was ich tue und möchte meine zeit in einer firma nicht absitzen sondern möchte wirklich so mein talent entsprechend motiviert dabei sein und ich denke das ist auch ein ganz wichtiger aspekt für ein unternehmen die natürlich jetzt jemand wie dich engagiert oder auch mich als externe karriere entwicklung engagiert es gibt das risiko dass mitarbeitende wach werden und sich dann auch wirklich entwickeln wollen und wenn es dann intern nicht möglich ist dass die dann halt wirklich auch gehen ich denke auch das müssen wir schauen wir sowieso als neutral an weil wir ja nicht immer gut sind in der geschichte für uns ist das absoluter faktor der ist machbar und möglich in diesem in diesem kontext und wichtig auch und zwar wichtig auch fürs unternehmen weil wenn jemand eine stelle hält für die er nicht geschaffen ist oder auch nicht motiviert wer ist das hat so viel einfluss aufs umfeld auf die anderen die das ausgleichen müssten entweder auf der emotionellen ebene im team drin man kommt vielleicht übergelaunt muss das aushalten als tier kollege hat sehr viel mit motivation atmosphäre zu tun mit der atmosphäre genau oder auch die arbeiten werden nicht mehr ganz so enthusiastisch und korrekt ausgeführt und das muss ja auch immer wieder gibt es ein kontrollmechanismus darum dass das trotzdem noch auf einer gewissen qualitätsebene bleibt und man schaut ein paar monate zu vielleicht ein jahr vielleicht zwei jahre bis dann eine kündigung ausgesprochen das heisst das team hat schon recht viel gewinnen stimmt wirtschaftlich absolut nicht akzeptabel ist aber schade wenn man natürlich dann zwei jahre wartet also man könnte das am anfang schon im gespräch evaluieren oder eben in einer analyse damit man weiß wo will sich diese person hinbewegen und dann halt schon klar sagen können wir und können nicht und dann kann man dem umfeld ganz ganz viel mehr arbeit aber wir sehen jetzt mal ein paar tipps ja also wenn man wirklich menschen führen will ist halt wirklich nicht das machen der sache im vordergrund sondern es ist wirklich das menschen führen und das man muss sich schon damit beschäftigen wollen und man muss das gerne tun weil wie oft bei gerade beim mache typen erlebt man das dem es einfach irgendwann zu mühsam wird zu psychologisch oder zu ich weiß auch nicht da hört man ja so ein paar standard sätze immer mal wieder aber ich denke auch da braucht es tatsächlich dieses menschen mögen und man muss sie fördern wollen fordern und fördern und das ist natürlich schon eine aufgabe das ist ein spaziergang nein das ist eine richtig große ausgabe deshalb man muss es wollen ist ja ein wirklich da es muss ein wirklich das ist auch wichtig im kaderbereich natürlich wird oft auch so rekrutiert aufgrund der fachlichen fähigkeiten aber die zwischenmenschlichen fähigkeiten die werden nicht unterstützt von unternehmen und das ist auch wenn man sich weiterentwickelt vom teamkollege zum vorgesetzten und dann noch mal eine kaderstufe holt das ist glaube das sind die einsamsten jobs die es gibt in einem unternehmen wo man meist wenig unterstützung hat diese neuen fähigkeiten oder das zu integrieren was jetzt auf einen zukommt weil man ist in der sandwich position unten druck oben druck und dann noch all die erwartungen die man in der kürzeste zeit auch noch umsetzen soll das kann ich mir schon vorstellen dass es nicht ein spaziergang ist und auch die motivation vom kader irgendwann mal diese kaderperson immer mal einfach reich zu sagen mach doch das selbst ja also es braucht eine sehr sehr dicke haut auch eine auch da drin eine vision ich glaube es braucht da drin noch stärker eine vision wo man in der heutigen zeit gerade der thema nachhaltigkeit egal auf welcher ebene wie wo stehe ich dafür ein und bis wohin gehe ich und muss ich meine ich sage stoppen ja genau und ich glaube das darf man jedem menschen zugestehen solange wie er will ist er dabei und wenn er nicht mehr will dann geht er ein haus weiter und wird neue erfahrungen machen macht platz für die man dir eben genau das was er zurückgelassen hat was er nicht mehr gerne tut was die andere person und dass sie in voller weise von burnout unbedingt burnout ist aus meiner sicht eine erschöpfung und das heißt für mich immer nur du warst zu lange mit aufgaben getraut die dem ich lieb so lange in einem umfeld das dich nicht verstanden hat und du warst vielleicht zu lange passiv und hast ihm zugeschaut statt dass du einfach den schritt gewagt hättest hat dich energie gekostet es hat dich energie gekostet und du sollst dir dafür sorgen dass du energie gewinnst ja genau im talentebereich und das ist das schöne kannst du den ganzen tag arbeiten und am abkommst mit mehr energie nach haus und glücklich und zufrieden weil du in diesem bereich vielleicht man war schon auch müde aber es ist so ein zufriedenes selbst zufriedener zustand dann also der barometer für einen kader oder auch für ein team kollege ist immer die persönliche zufriedenheit mit dem was ich tue das heißt es braucht auch wirklich den mut dahin zu schauen gefällt mir dass ich heute tue und das möchte ich lieber tun das zu kommunizieren und auch das finde ich muss ab und zu mal reflektiert sein und das kann ich also ich glaube ich kenne wenige die das für sich selber können und machen ich denke einfach so mal und wenn das nur mal eine stunde zwei ist mit einer aussensicht und eine auslegeordnung machen um zu schauen gibt es denn da was was klopft oder was raus will und es dann auch wieder gut sein lassen aber dass man regelmäßig sich einfach schon wir haben vorhin uns noch unterhalten dafür zusammen mittag gegessen haben über unsere zukunftserschaffung die wir im raum der ausbildung gemacht haben und also weiterbildung muss man sagen und das ist schon spannend wenn man sich mal ein paar visionen niedergeschrieben hat wie viel davon einfach sich ergeben haben also diese kraft sich zu reflektieren neu auszurichten auf etwas und das niederzuschreiben ist immens und wenn man das nicht selber formulieren kann hilft es tatsächlich einfach mit jemandem zusammen der einem reflektiert und und hilft diese dinge auch zu formulieren ich glaube darin liegt der grösste wert unserer arbeit dass wir das helfen können zu formulieren einerseits weil wir das für uns selber immer schon wieder gemacht haben in den letzten xjahren ja seit wir die ausbildung gemacht haben immer immer wieder ich reflektiere mich immer wieder und wer geht dann auch manchmal dass ich selber jetzt arbeit bin ich gerade so ein zwei jahre eingeschlafen und in eine routine gekommen jetzt braucht es wieder einen neuen schritt und das kommt immer schon innen heraus das ist nicht in der regel ist es nichts was von außen nicht herankommt außer ich sage mir lieber ein jahr lang facht doch das alleine dann hat das genügt damit der arbeitgeber dann nicht wirklich befreit hat davon aber ich hätte ja auch in dem ersten impuls nachgehen können was mache ich denn stattdessen ja wunderbar hast du noch irgendetwas ein tipp für unsere zuhörer irgendetwas auf ihre reise auf die neue identifikation auf das neue leben hin auf die neue stelle die neue art sich selber zu betrachten also für mich ist einfach so das was ich jedem gerne mit auf den weg gebe nehmt 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 euer leben eure karriere selber in die hand schaut wo ihr angebunden seid schaut danach was euch glücklich macht was euch etwas gibt und dafür lohnt es sich hinzugucken weil es hat nicht jeder das privileg schon in der grundlage zu wissen wozu er geschaffen geschaffen also ich finde das immer wieder bewundernswert ich selber wusste das schon sehr früh wurde dann aber so auf eine umfahrung geschickt weil ich meinen eltern damals geglaubt habe aber ich glaube schon sich das mit sich selber verbinden und das ist nicht immer so leicht das ist tatsächlich ich finde es ist wirklich eine herausforderung und es lohnt sich einfach dem auf die spur zu gehen hast du einen tipp wie du das machst für dich selber ich mache das mit meinen weiterbildungen ich habe so also wirklich diese geistigen nahrungsfelder die sind es für mich dann kommt wieder eine eine ausbildung eine weiterbildung und das kann auch ein spannendes buch sein wo ich dann einfach wieder impulse hole und dann komme ich jedes mal mir ein stück näher ich habe dann wirklich das gefühl ich komme so dem was da innen ruft wirklich immer ich glaube darum geht es oder dass man sich ausrichtet auf das was eigentlich schon in sich drin ist und was man gerne in die welt jetzt noch in der welt jetzt noch erleben möchte es ist so wie ein entdecken oder ein aufdenken wir sprechen zwar immer von entwickeln aber ich glaube es ist wirklich so wie ein oder weißt du war so dieses bild vom bildhauer der ein stein hat oder das hat michelangelo doch auch selber gesagt dass er nie weiß was er aus dem stein rausholen wird er fängt an und fängt zu klopfen an und nicht der stein wird genau wird ihm die antwort dann geben was er wegnehmen muss kann und dann entsteht das im tun erschaffen genau und das spüren nämlich was 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 habe ich da vor mir und gehe ich in resonanz mit ihm tut es mir gut oder ist es dann doch nichts und der eine ist langsam und andere schnell aber das würde ich halt auch wieder und schon in jungen jahren auch ältern ja mit ihren kindern schaut hin und hört euren kindern zu und schaut ihm wirklich zu wie sie die dinge machen und ermuntert sie in ihrer art die dinge zu machen das wäre schon ein großer schritt dass ich mich auch immer wieder hinter die tonne schreien ja genau und er ist sehr vehement im verteidigen seiner art der dinge wie er das machen will und das finde ich auch er muss manchmal wirklich sehr vehement werden dass es durchdringt zu mir dass er sein eigenes stehen hat und denkt ok ja dankeschön dem Hinweis ja und ich glaube das bleibt das leben lang so wir werden es immer aufzeigen nicht wirklich sind die können die verantwortung nicht auf die anderen abschieben sagen die müssen uns jetzt glücklich machen sondern dass eben wie doris gesagt hat selber in die hand nehmen und das beste daraus zu machen aus dem nächsten schritt ich sage meinen kunden immer du musst nur den nächsten schritt wissen das leben schaut schon gut zu dir und es weiß was dann der zweite schritt und der dritte ist natürlich können wir optionen von möglichen schritten erarbeiten damit man eine auswahl hat das beruhigt das beruhigt nur den den sicherheitsfaktor dass man weiss ich habe optionen aber tatsächlich ist es so dass meistens ja dann sich das leben in irgendeine richtung entwickelt wenn man darauf wirklich vertraut dass das leben wieder stein einem antworten gibt das ist tatsächlich wenn ich einen fokus neu setze also ich nehme feldstecher und ich gucke jetzt auf ein neues feld dann werde ich ganz andere dinge sehen schon so also wenn das anfängt dass ich anders schaue dann höre ich anders ich sehe anders ich rede anders ich und somit begegne ich einfach auch anderen menschen und ich führe andere gespräche und dann passieren die dinge das ist das spannende das ist ja von innen nach außen kreieren und nicht mehr im auswirken was man darstellen möchte genau nicht das image bedienen sondern wirklich aus dem innen in der angebundenheit zu sich selber in resonanz gehen mit dem resten genau und ich glaube wenn man weiß was was einem entspannt also was dich jetzt entspannt in der entspannung liegt die kraft und in der ruhe liegt die kraft da fließen die informationen einfach zu für mich ist das die kaffeepause oder mal ein musikstück hören oder im wald spazieren oder einfach auch nur unterwegs zu seinem auto oder zu reisen es gibt so viele möglichkeiten im alltag die uns ermöglichen ebenso in diese verbundenheit mit uns nennen zu kommen und diese impulse zu empfangen und eine aktion die aus einem impuls der von ihnen gekommen ist ist so viel mehr wert als 100.000 aktionen die man ohne anbindung gemacht hat aufgesetzt genau das ist nur arbeitsbeschaffung und davor möchten wir arbeitnehmenden wie arbeitgeber abraten das ist arbeitsbeschaffung und kostenlos so ich hoffe wir haben ein paar interessante punkte für dich als zuhörer hier diskutiert oder du hast vielleicht neue einblicke sogar bekommen wir werden diesen podcast auf unserer homepage unter der reihe lunch break coaching auf einer homepage www.unstelle.com und biswesunstelle.com und loris wirst du es auch bei dir hochschalten auf deiner homepage ich denke das wird passieren auch noch auf loris von reizenstein.com schön seid ihr dabei habt ihr bis zum ende zugehört und jetzt wünschen wir euch ganz ganz viel erfolg damit eure talente herausfinden und im leben wie soll ich das sagen zu begegnen zu begegnen zu begegnen sehr schön ausgedrückt danke vielmals danke vielmals bis zu